Hallo und herzlich willkommen zu The Pure Newsroom, Folge 21D, aufgenommen heute am 15. April 2024. Und mein Name ist Philipp Bauer aus München und mein Co-Host ist Fred van Dijk aus Rotterdam. Hi Philipp, das ist ein Jahr später und wir sprechen wieder Deutsch. Ja, wir sprechen über das Deutsch, aber natürlich ist es wieder für eine besondere Gelegenheit, dass wir es jetzt wieder auf Deutsch aufnehmen. Eine Sonderausgabe für natürlich den anstehenden World Plone Day in zwei Tagen. Genau, deswegen nehmen wir auf und versuchen irgendwie nicht auf Englisch zurückzuwechseln, wenn wir nicht mehr wissen, was wir sagen wollen. Ja, wir gehen jetzt mal ein bisschen davon aus, dass die meisten, die das hören, seit einem Jahr keinen The Plone Newsroom gehört haben, weil der sonst immer auf Englisch ist oder keine Ahnung, weil es sonst zu viel ist. Das heißt, wer dem für jedes Monat, alle zwei Monate folgt, da sind ein paar Wiederholungen vielleicht drin, aber wir haben vielleicht auch ein paar Themen, die trotzdem interessant sind. Und wir quatschen halt ein bisschen mal auf Deutsch für den World Plone Day. Ja, und wie gesagt, für dich ist es Muttersprache, für mich ist es Fremdsprache, aber wir schauen mal, wie es geht. Und ich muss sagen, ich arbeite natürlich auch jetzt viel für deutsche Kunden und arbeite in ein schönes deutsches Team. Also hoffentlich wird in fünf Jahren ist mein Deutsch so gut, dass du es nicht mehr bemerkst, aber wir schauen mal. Ein deutsches Team mit Brasilianern, Amerikanern, keine Ahnung, schon sehr bunt gemischt, dein Team. Genau, und einige Leute ausbauen. So, ja, letztes Jahr hatten wir eine Art, ein bisschen Standardausgabe gemacht, Neuheiten und dann auch, weil wir das auf Deutsch, haben wir Vollton mal, wie heißt das, präsentiert, was da alles neu ist. Ja, wir haben das gezeigt. Wir haben das gezeigt. Wir werden jetzt natürlich wieder etwas, weil wir haben ja genügend Neuheiten. Also, ja, lassen wir mal anfangen. Plone Neuheiten, was war da in der Entwicklung die letzten, die Software Neuheiten? Ja, was ist seit letztem Jahr passiert? Naja, eigentlich nicht so wahnsinnig viel. Plone 6.0 ist immer noch die aktuelle Version, inzwischen in 6.0.10. Plone 5.2 gibt es immer noch oder nicht mehr lang. Das Interessante daran ist, dass der Support für Plone 5.2 Ende 2024 tatsächlich im Oktober schon aufhört. Das liegt aber nicht an Plone oder daran, dass wir voll sind, keinen Support mehr machen wollen oder sowas, sondern es liegt an der Python-Version, die von Plone 5.2 unterstützt wird. Der Security-Support durch die Python Software Foundation für die Python-Versionen, auf denen Plone 5.2 läuft, endet schlicht und ergreifend im Oktober diesen Jahres. Ja, das war Python 3.8. Und es ist da so, Plone 5.2 war so eine Zwischenversion, die sowohl auf Python 2 als auch auf Python 3 gelaufen hat. Man konnte während die ganz große Python 2 nach Python 3 Migrationen, konnte man Plone 5.2 auf beide Versionen laufen lassen. Das meint, dass da doch viel Code drin war, der ein bisschen komplex war und natürlich für zwei Python-Versionen funktionieren musste. Plone 6.0 hat das alles bereinigt. Aber das ist eigentlich auch der Grund, warum wir Plone 5.2 nicht bis noch zehn Jahre unterstützen könnten, auch wenn wir das gern hätten, weil es gibt ja zwei Python-Versionen drin und man hat sehr viel da aufgeräumt. Während der Entwicklung von 6.0 haben wir, glaube ich, auch noch mehrere Böcks gefunden mit genau diesem Unicode-Handling und anderen Sachen. Also ja, wir müssen den alten Code einfach einmal los. Und das bleibt eigentlich jetzt bei Plone 5.2. Also Plone 6 funktioniert nur noch auf Python 3. Und du sagst, nicht so viel geendet, aber doch noch seit letztes Jahr. Plone 6.0 läuft jetzt auch auf die neue Python-Version, Python 3.12. Also da ist doch letztes Jahr in dieser Mini-Version von Plone 6.0.0 nach Plone 6.0.10 inzwischen zehn oder elf Releases. Das ist aber wichtig. Wird ständig noch gepatcht. Genau, also dass wir die neuesten Python-Versionen mit 6.0 noch unterstützen, das gibt uns natürlich einen längeren Security-Support für die Plone oder die Möglichkeit, längeren Security-Support für die Plone-Versionen selber anzubieten. Und 5.2, ich meine, das war nicht nur so, dass da noch Python 2 und 3, also jetzt nicht nur 3, irgendwie 6, 7 und 8, was das war, sondern eben auch Python 2.7 drin war, was ja seit Anfang Januar 2020, also jetzt schon über vier Jahre her, nicht mehr supportet wird, ist drin. Aber es ist auch noch Archetypes drin und der ganze Käse und der Migrationscode von Dexterity nach Archetypes. Und da ist die ganzen Zöpfe konnten wir einfach abschneiden. Und wir sind natürlich ganz happy, dass wir das jetzt mit 6.0 nicht mehr haben und damit quasi eine saubere Basis haben zum Entwickeln. Und da geht es natürlich auch weiter in die Richtung, dass man diese Basis zum Entwickeln ein bisschen mehr weiter aufräumt für die Version 6.1. Die soll nämlich noch, was mir erzählt wurde, im Frühjahr diesen Jahres erscheinen. Und ich meine, das Frühjahr, hier war letztes Wochenende schon Sommer, ich hatte einen Sonnenbrand. Aber eigentlich ist noch April, es könnte auch noch schneien heute. Also es ist ein richtiges April-Wetter. Insofern ist es in Ordnung, dass das vielleicht noch einen Monat dauert. Ich hatte hier vor einer Stunde noch Hagel draußen. Ja, ja, es ist immer noch, also in Niederländisch Hagel, April mag, was er will. Ja, genau. Das gibt es wahrscheinlich auch auf Deutsch. Ja, also das wir da haben jetzt, wir haben jetzt Plone 6.0, die Standardversion von, also nochmal zur Erläuterung, Plone 6.0 gibt es jetzt in zwei Varianten, die Classic UI-Variante und es gibt die neue React-basierten Frontend, der empfiehlt wird für neun Websites. Der heißt Volto und der hat ein eigenes Release-Schedule. Aber wir haben noch immer gesagt, okay, wenn da, zum Beispiel bei Plone 6.0 war Dezember 2022, da war Volto 16 war der aktuelle Stand. Das ist jetzt auch die empfohlene oder die stabile, die stabile, stabile Version sozusagen, die extra stabile Version. Da werden nur kleine Repets gemacht, aber keine große Änderungen, die auch im Frontend Probleme geben können, weil wir haben da jetzt als, naja, wir sind doch eine Weile dabei schon, Philipp, und wir sind jetzt natürlich auch gewechselt nach Plone-Entwicklung mit Volto-Websites. Aber meine Güte, was ändert sich alles schnell in diesem JavaScript, dieses JavaScript-Ökosystem? Bevor man dann weiß, gibt es wieder eine neue React-Version, gibt es wieder eine neue Bibliothek-Version hier, gibt es eine neue Node-Version? Alles, was wir in der Jetzt... Das liegt aber nicht nur an dem JavaScript-Ökosystem, das einfach sich generell schnell bewegt, sondern es ist auch die Plone-Entwicklung für das Frontend, die schnell ist. Also, und ich rede jetzt nicht nur von Victor, sondern von vielen anderen von den Volto-Entwicklern. Da passiert einfach unglaublich viel innerhalb von zwei Monaten. Und, let's face it, unsere Projekte laufen nicht auf Volto-16, außer Sachen, die ganz am Anfang deployed worden sind und nicht mehr angefasst werden eigentlich. Sondern, also, wir haben entweder Volto-17 oder Volto-18-Alpha am Start. Und für die kommende Version, Plone 6.1, wird, da bin ich, das weiß ich ehrlich gesagt nicht, das kannst du mir mal erzählen, wird Volto-17 die Standardvariante oder würden wir rechtzeitig Volto-18 raushaben? Ja, das ist interessant, was da passieren wird. Ich muss ehrlich sagen, ich habe es vor einer Weile Factor noch nicht gefragt, Mauritz auch nicht. Ich habe eigentlich keine Ahnung, was da jetzt, was da gewählt wird. Aber, wie du gesagt hast, also Projekte, die ich auch letztes Jahr gestattet habe, habe ich immer Volto-17 verwendet, weil Volto-17 funktioniert hervorragend mit Plone 6 als Backend. Aber, ja, natürlich, in die Volto-17 sind natürlich neuere Sachen hinzugekommen, die davor als Add-ons oder als Probe, wie wir immer schon eigentlich Add-ons für Plone entwickelt haben, man sieht ein Problem, man bedenkt dafür eine, man macht dafür eine Lösung in einen Add-on, das wird populär, das wird immer noch mehr populär und dann wird es, manchmal wird es Bestandteil vom Core-CMS. In Volto-17 war da die Grid-Block, das war ein Add-on, war ein Add-on und ist Standard im Core gekommen. Es war nicht das ultimative Grid-Block, was man sich wünschen kann, aber das war, weil einfach zu viele Leute verschiedene Wünsche an einen vertikalen gegen horizontalen Layout, ich mache es genau umgekehrt, horizontalen gegen vertikalen Layout gewünscht hat, weil ein Grid-Block ermöglicht es, dass man normalerweise mit einem Block-Editor von oben nach unten geht, dass man Ausflüge nach links und rechts macht und sagt, okay, ich möchte jetzt nur kurz hier drei Spalten haben. Das ist jetzt im Core, ein Image-Block war da hinzugefügt, das responsive und auch die Skills besser verwendet. Ja, da war viel Backend-Arbeit notwendig für, ja. Und so gab es besseren Linting-Support, weil das, wie gesagt, Linting und Formatting ist eigentlich eingebaut, wenn man ein Volto-Projekt aufbaut mit einem Cookie-Cutter-Template, dann wird das alles schon richtig konfiguriert und gesetzt. Also der ganze Default-Setup von einem Volto-Projekt war in Volto 17 einfach etwas verbessert und in Volto 18 arbeitet man wieder an neuen interessanten Sachen. Aber ob das noch richtig fertig ist oder ob das noch vielleicht ein bisschen zu neu und noch nicht ausgereift ist, ja, das sollen wir mal für Viktor, Mauritz und die anderen Leute entlassen. Genau, wir sollen auch noch einen Podcast machen und über solche Sachen reden. Wir müssen ja nicht alles wissen. Aber ich würde mir natürlich wünschen, dass Volto 18 da drin ist, weil in Plon 6.1, weil Plon 6.1 wird auch eine relativ lange Lebensdauer haben und wenn so immer die empfohlene Version vom Frontend hinter dem herhinkt, was man gerne selber in seinen eigenen Projekten verwendet, das ist nicht die ideale Situation. Und wir hatten sehr viele Alpha-Versionen von Volto 18 schon. Insofern, ich würde mal dafür argumentieren, dass wir Volto 18 als Standardversion für 6.1 nehmen, aber meine Entscheidung ist es nicht. Ich fände es natürlich toll. Um mal etwas mit Englisch zu machen, latest the greatest. Genau, es sind einfach Features, die großartig sind und auch Welten öffnen. Also eine der großen Sachen, die da drin passiert, das sieht man jetzt als User oder als Entwickler auf den ersten Blick natürlich eigentlich nicht, ist diese Komponenten-Architektur. Das heißt, dass Volto wird den Komponenten aufgespalten und manche Teile von Volto werden als eigene NPM-Pakete released, beispielsweise Volto Registry. Und Volto verwendet die noch. Der Hintergedanke ist, dass man diese Features auch in anderen Systemen, die jetzt nicht React-basiert sind, verwenden kann als reine JavaScript-Komponenten, um beispielsweise mit irgendwelchen anderen Frameworks User-Interfaces für Clone oder für einfach völlig andere Projekte zu bauen, weil die Dinge, die dort entwickelt worden sind, schon sehr spannend und interessant sind und auch eine weitergehende Verwendbarkeit haben. Das ist jetzt nicht so, ach ja, nee, das ist ausschließlich für Clone interessant. Wir hatten kürzlich wegen diesem XZ-Hack im Internet ging es rum, irgendwie, ja, es gibt so viele Dependencies in der Welt, die verwendet werden. Unter anderem, und einer hat dann getweetet oder auf Mastodon geschrieben, ja, irgendwie könnt ihr euch noch an Soap-Interface erinnern, das gibt es auch und es wird immer noch überall installiert. Natürlich wissen wir es auch wirklich gut gepflegt, aber der Grund, warum das beispielsweise mit Twisted und anderen Sachen mitinstalliert wird, ist, weil es einfach großartige Funktionalität und Architektur bietet, wo man Features mitbauen kann. Die Architektur von Soap-Interface hätte tatsächlich auch in Python selber reinkommen sollen, also die Interface-Deklarationen. Und stattdessen hat dann, glaube ich, Abstract-Base-Classes gewonnen, quasi, da gab es so einen Shootout, mehr oder weniger, Diskussionen von zwei unterschiedlichen Architektur-Ideen. Ja, das ist doch, das ist interessant, wenn man das, dass in der Geschichte, dass zum Beispiel der Haupt, der Entwickler, der Benevolent Dictator for Life, Kino for Rosum, hat eine Weile für Soap Corporation gearbeitet, die damals fleißig an die nächste Version von Soap gearbeitet haben. Also da hat, da hat es wirklich ein, ein, zwei, ein, das war nicht mehr als anderthalb Jahre, ich bin eigentlich ganz sicher, das weißen die amerikanischen Planeten das besser, aber da hat es wirklich eine, also eine Auswechslung von Ideen, ah, wir brauchen dies in unserem Application Server, oh, vielleicht ist es doch etwas, was auch in Python, da ist doch wirklich einiges rum und hin und her gegangen, aber der Guido hat das nicht, letztendlich hat Soap-Interface nicht aufgenommen in der Sprache selbst und wie du sagst, da hat es dann absolute Base-Classes und jetzt haben wir natürlich, gibt es auch Typing, was da, was da vieles bringt, aber da war doch eine Möglichkeit, eine Weile, dass da Ideen zwischen einer großen Applikation, die im Python gebaut wird, eh, was für Behemmungen, was für Probleme sehen wir da, was für Aufwände, oh, können wir das vielleicht in der Sprache selbst noch hinzufügen? Wir haben das natürlich viel zu weit getrieben in Plone, weil wir gesagt haben, okay, da machen wir mehr oder weniger jedes Feature in Plone, und zwar sowohl Backend als auch Frontend auf zwei verschiedenen Ebenen in eigene Python-Packages und haben, deswegen besteht Plone auch aus 250 plus x Python-Paketen, Plone.content, Plone.up.content. Ja, das war der Hammer. Ich lache mich tot. Ist natürlich im Nachhinein eine doofe Idee, weil jetzt wenig Leute hergehen, also doofe Idee ist jetzt zu viel gesagt, das hat schon große Vorteile, aber was nicht passiert ist, war der ursprüngliche Punkt, dass irgendjemand hergeht und sagt, ah, da ist Plone.dexterity, das ist die abstrakte Definition des Inhaltstyps Frameworks für Plone, das könnte ich ja verwenden, zusammen mit Plone und aber was anderes bauen. Ist natürlich nie passiert. Aber auf der ZOPE-Ebene mit ZOPE-Interfaces beispielsweise passiert das und mit Volto-Component und Volto-Registry und anderen Dingen kann das durchaus passieren, dass sowas kommt und die sind eigene NPM-Pakete, sind aber keine eigenen Repositories. In Plone ist es nämlich so, dass wir nicht nur 250 Pakete haben, sondern das sind auch noch 250 einzelne Repositories. Das heißt, wenn man das alles auscheckt, hat man eine ganze Menge Code rumliegen, wohingegen Volto auch in der Version 18 ein Monorepo ist, ein sogenanntes, was ich ein charmantes Konzept finde, dass halt die verschiedenen Pakete in einem Repository liegen. Und das funktioniert, weil das Setup jetzt mit PNPM, das ist quasi das bessere NPM. Jetzt holst du schon drei, vier Themen gleich rein. Also mal kurz Überblick, also Volto 18, das war schon ein Thema bei Volto 17, wo man schon versucht hat, also die Monorepos waren schon am Ende irgendwo, beim Anfang waren schon damit experimentiert, dass wir, wenn man jetzt nach Clone-Volto geht auf GitHub, ist da kein Source-Directory mehr, worin alle Volto-Source-Quellen stehen, aber es gibt ein Packages-Directory und Verzeichnis-Directory, Verzeichnis auf Deutsch, Verzeichnis, worin die verschiedenen Pakete dann liegen. Und eine davon ist Volto, aber zum Beispiel unser Cookie-Götter-Generator steckt ja sehr schön in Komponen-Stecker drin. Und das Monorepo war schon da, aber der letzte Stand ist, dass wir jetzt auch gewechselt haben von der Package-Manager für das Frontend für die JavaScript-Pakete, verwenden wir nicht mehr Yarn, aber jetzt PNPM. Und PNPM ermöglicht es viel einfacher, Workspaces zu definieren und zu verwenden und funktioniert dabei auch sehr schnell und stabil. Und das ist diese letzte Möglichkeit und ich finde es ein bisschen schwer, weil ich weiß ungefähr Theorie, was da losgeht, aber in der Praxis habe ich es noch nicht gebaut. Aber was es auch ermöglich macht und das ist auch so ein Traum oder eine Idee, was wir schon eigentlich vor ein, zwei Jahren damit angefangen haben, bis jetzt, wenn man, also wenn man jetzt ein Scaffold macht mit Cookie-Götter und ein neues Volto-Projekt anlegt, dann gibt es immer noch ein Frontend-Directory, worin es eigenes an Konfiguration und andere Sachen gibt und das ist das Projekt-Ebene. Und dann gibt es darunter, gibt es im Source-Add-ons-Directory, macht man eine Art Policy-Add-on und darin kann man dann das eigene Projekt komplett konfigurieren und die, die, die. Aber es gibt auch immer so ein Projekt-Ebene und es gibt ein Haupt-Add-on, ein Policy, worin auch Sachen konfiguriert werden. Und das Schöne daran ist mit PNPM, ist es jetzt auch möglich, um das Volto-Paket, das Volto-Modul komplett reinzuholen, alle Boilerplate, alle Schablone und so weiter darin auch zu verwenden, sodass eigentlich auf dem Haupt-Projekt-Ebene die Unterschiede zwischen einem Add-on und einem Projekt weggeht. Und das meint, was ich jetzt auch bemerkt habe, ich habe da noch ein Projekt mit dem Volto-16 angefangen, Volto-17, oh, Lintes sind anders, oh, diese Konfigurationen sind anders, oh, Mac-Essin. Ganz viel Boilerplate, den man wegschmeißen, neu machen muss und alles ist kaputt. Und die einfachste Möglichkeit war eigentlich, sobald man dann doch gewechselt hat und nicht mehr das Projekt im Hauptverzeichnis, im Frontend-Hauptverzeichnis konfiguriert hat, aber in einem Add-on, dass es einfacher ist, um schnell mal den Boilerplate für das Frontend, für die Frontend-Directory, Frontend neu zu generieren mit Cookie-Curtip-Plan-Starter, den Add-on wieder rückzukopieren. Das habe ich auch gemacht, mehrmals schon. Also, Tipp, nicht versuchen, manuell die Unterschiede zu finden zwischen allen, allen, allen Lint, AS-Lint-Essay und was auch immer noch drin, zwischen einem Volto-16 und einem Volto-18-Projekt zum Beispiel. Aber einfach, wenn man das schon in einen Add-on verschoben hat, neu Scaffolding generieren für Voto-18, Add-on-Code übernehmen, wieder registrieren und dann ist man auf dem neuesten Stand. Genau. Fast, fast, fast. Da habe ich so immer. Man muss auch natürlich im Add-on selbst, gibt es auch noch die Lint-Konfigurationen und die muss man doch manuell noch übernehmen. Ja, aber das ist auch wieder, da baut man sich ein neues Add-on und zieht dann die Dateien drüber. Ja, aber wenn ich Cookie-Curtip-Plan-Starter verwende, dann wird da schon ein Default-Policy-Add-on, ein Site-Add-on wird schon generiert. Und die kann man auch übernehmen. Da muss man sich einfach diese Dateien holen. Also es ist sehr viel einfacher geworden. Und das ist toll, weil das die Einstiegshürde, je mehr Boilerplate und je schwieriger und unflexibler der Boilerplate ist, weil er mit verschiedenen Versionen bricht, ist die Einstiegshürde natürlich höher. Und mit diesem Project-less Backup, Setup, also quasi ein Add-on ist gleich das Projekt, könnte man so formulieren, macht es den Einstieg in die Volto-Entwicklung natürlich sehr viel leichter und angenehmer. Und das Nervige ist, dass man natürlich, man fängt an mit 16, dann hat man Project und in dem Project ist der Code. Dann fängt man an mit dem Add-on und dann hat man das Add-on drin. Und jetzt hat man kein Add-on mehr, sondern das Add-on ist das Projekt. Aber so ist es halt. Wenn ein Projekt in der Entwicklung sich befindet, dann gibt man diese Iterationen mit. Und ich bin auch tatsächlich ein Fan davon gewesen, mir ein Diff anzuzeigen von dem Alt versus Neu. Weil ich gucke mir jetzt nicht jeden Volto-Commit an. Ich bin ja nicht wahnsinnig, was Victor da ja andauernd macht und die anderen Leute. Naja, nicht nur Victor. Das ist immer mehr, immer mehr Leute arbeiten daran natürlich. Aber am Scaffolding macht Victor sehr viel. Ja, das stimmt. Und wenn ich mir das alles angucken würde, dafür habe ich keine Lust, aber den Diff mir dann am Schluss anzugucken, um nicht herauszufinden, okay, wo ist hier ein Komma falsch, sondern warum hat sich was geändert und was bedeutet das jetzt für mich? Das ist natürlich eine Lernerfahrung, die wichtig ist. Ja, also Überblick. Wir haben das Thema jetzt angefangen und wir planen schon zehn Minuten darüber. Was ist jetzt zwischen Volto 16, 17 und 18? Naja, das ist doch hauptsächlich diese Versuche, um nicht diese Projekt versus Add-on Ebene. Das haben wir jetzt in Volto 17, war das schon, glaube ich, drin. Auch ein wichtiges Thema drin, wenn alles ein Add-on ist oder eigentlich eine Verschachtelung von einem Haupt-Add-on, was das Projekt beinhaltet, der Policy Package. Hat man auch, was wir noch erwähnen sollen, seit letztes Jahr, das war auch ein Thema auf der PloneCon letztes Jahr mit separaten Talks. Man hat Theme-Add-ons. Also das schönste Beispiel daran jetzt ist Volto-Light-Team, was ein Add-on ist, aber es gibt mehrere, auch mehr, ich glaube, kundenspezifische Theme-Add-ons, wo man sagt, okay, ich mache ein Add-on, wo in meinem Site meine Projektdefinitionen stehen, aber für das Theme verlagere ich alles auf einen anderen Add-on, worin das Theme steckt. Und das Theme steckt nicht mehr in Volto, das Theme steckt am meisten in Theme-Add-on. Und einer der Beispiele, die wir zum Beispiel jetzt auch für die Demo-Sites, der Demo-Plone.org-Website verwenden, ist Volto-Light-Team. Also das ist eine ganze Konstellation von Verbesserungen, die man sieht, teilweise waren das Experimente, einige haben sich bewährt und man sieht, das kommt jetzt alles eigentlich in Volto 18, mit schon viel Vorbereitung in Volto 17 kommt das zusammen. Ich möchte kurz noch etwas erwähnen, Philipp, weil Volto 17 hat auch schon TypeScript-Support, war da eben möglich. Das ist ein wichtiger Punkt. Wichtiger Punkt, weil das war nur, man konnte ein Add-on, könnte ein Add-on mit TypeScript schreiben und TS verwenden statt JS. Aber was ich jetzt in Volto 18 sehe, woran Leute sich die, weil es ist ein bisschen eine Religion. Entweder, ja, ich mag TypeScript, TypeScript ist das Schönste, was es seit Python, seit JavaScript gibt. Und andere sagen, nee, dieses Typing komplett scheiß, brauche ich nicht, zu viel Aufwand. Aber was jetzt auch ist, Volto Frontend wird komplett über ein Config-Objekt generiert. Das ist der Ploten Registry, was da auch ein separates Package im Monorepo ist. Aber da wird sehr viel mit JavaScript-Objekten hin und her geschoben und die müssen auch, dann kommen wir jetzt wieder zu diesen Interfaces, man muss da die richtigen Keys, oder die richtige, wie heißt das auf Deutsch, die richtigen Keys, Keys muss man alle drin haben, wenn das etwas fehlt. Und das ist etwas, was man schön mit TypeScript überprüfen könnte. Und die gibt es jetzt. Also es gibt ein Package-Code, das heißt sich Add Plone Types und darin stehen jetzt für TypeScript, und das ist, glaube ich, nicht hagelneu, aber seit vier oder sechs Wochen, sind die Plone Types, haben jetzt auch die Definitionen für die Config-Objekte, für zum Beispiel, was in ein Block View oder ein Block Edit, was da rein fließt. Das kann man alles typen und dann sieht man auch, was da noch fehlt oder was man, sieht man schon vorab, was da losgeht. Also die basalen TypeScript-Support war es im Foto 17, aber jetzt wird durch die Leute, die das gern mögen, die Plone Types werden ständig erweitert, dass immer mehr Teile von der Konfiguration und was da an JavaScript-Literal-Objekts hin und her fließt, dass das auch alles kontrolliert werden kann. Die Frage, die zentrale Frage ist eigentlich, was soll das Ganze? Und der Haupt-Take-Away von diesen ganzen Veränderungen, was das Boiler-Plating und das Tooling und TypeScript-Support angeht, ist, dass es für Entwickler einfacher wird, Sachen zu machen und deswegen werden Seiten schneller umgesetzt und haben bessere und schönere Features. Schöner ist natürlich die Aufgabe des Designers, dass das dann nicht hässlich aussieht, aber deswegen wird Volto besser und die Volto-Seiten können mehr, als sie vorher können. Und der Einstieg als Volto-Entwickler ist bequemer, sodass wenn man als Kunde jetzt sagt, okay, ich nehme eine Volto-Seite, dann kümmert man sich ja nicht unbedingt darum, wie gut es jetzt dem Entwickler geht, ob er das toll und schön findet, aber am Ende des Tages hat das natürlich einen großen Einfluss auf die Qualität des Produktes, was dann am Schluss hinten rauskommt. Wenn man da die ganze Zeit mit Spaghetti-Code hantieren muss und nicht weiß, was passiert, wenn man an irgendeiner Schraube dreht, dann kann man nicht garantieren, ob das die Webseite oder das Internet, das man damit baut, auch die Anforderungen erfüllt. Natürlich kann man mit dem jetzigen Volto auch immer noch einen Umfug bauen, aber ich denke, dass die Investition in diese Developer Experience und Maintainability und das macht auch die Dokumentation einfach einfacher, wenn das ein Projekt-Setup nur noch mehr oder weniger ein paar kleine Dateien hat anstatt einen riesigen Rattenspanz am Boilerplate. Das ist ein großer Vorteil. Lass dich doch mal kurz teilen, Philipp. Dann haben wir doch noch etwas an Screencasts, also Plone, Volto, Repo und hier gibt es jetzt die Packages und dann gibt es natürlich Volto selbst. aber auch die Types, das sind die JavaScript-Types, die zum Beispiel den Block-Config-Objekte definieren und viel andere Objekte, die hin und her fließen zwischen den Komponenten. Unser Generator ist da drin, also das sind jetzt alles Mono-Repo und alles steckt da unter Packages. Aber es war noch, also ich habe nicht noch mit Victor gesprochen über kommt Volto 18 in Plone 6.1, aber Victor hat mich doch noch etwas anders erklärt vor einigen Wochen und das ist genau, was wir darüber jetzt diesen kompletten Aufteilung in Packages, das ist natürlich für die Wiederverwendung, was du gesagt hast, wenn wir da ein separates Package haben, Components und darin haben wir alle Komponente, die wir immer wieder verwenden, zum Beispiel hier, all diese Knöpfe und alle, ich stecke jetzt in Plone Components, wo waren die vorher, Philipp? In Volto selbst. In Volto selbst oder die waren mit dem Theme überschrieben, wie konnte man diese überschreiben? Component Shadowing und dann muss man den Pfad wissen und wenn der sich ändert, ja, oder was du konntest, es gibt schon ein, es gab schon ein Component Registry, also du konntest auch schon aufsuchen und du konntest auch schon, weil natürlich der Config Registry ist das Hauptblock, darin kann man natürlich sagen, ich möchte gerne dieses Template haben, was im Hintergrund überschrieben ist, ich kann auch einfach direkt sagen, für Komponent verwende diese Funktion oder verwende diese und diese Sache. Also, da war auch noch die Möglichkeit. Das zieht sich ja in den ganzen Views, wo das relevant ist, wird irgendwie GetImageComponent, also nicht GetImage, ich weiß nicht genau, wie es heißt, aber nimm die Komponente für ImageRendering und dann gibt dir die Registry die Komponente zurück und die wird nicht direkt installiert, importiert, sondern die wird aus der Registry geholt. Das heißt, wenn du als Entwickler in der Registry sagst, ich überschreibe meine ImageKomponente und baue dann Feature neu rein, dann ist das kein Patch und die registrierst du und dann wird die automatisch überall verwendet. Als Plone-Entwickler ist für uns sowas natürlich ganz normal, weil wir im Backend genau so entwickeln mit der Top-Component-Architecture. Da registriert man einen neuen Adapter auf das Silber-Interface, der ist ein bisschen spezifischer und schon hat man irgendwie seine Komponenten so zusammengesteckt, wie man es gerne hätte. Im Frontend ist das natürlich, da bringen wir einfach jahrzehntelange Erfahrung der Software-Architektur in ein Ökosystem wie React rein, die damit noch nicht so viel zu tun haben und das ist ein unglaublicher Vorteil, den wir da mitbringen. Das ist genau, was Vector mich auch erklärt hat. Diese ganze jetzt neue Aufteilung in Plone-Components und dieses Headless-CMS ist nicht nur für Wiederverwendung, aber ist auch, was wir schon seit 20 plus Jahren im Backend gelernt haben. Ich meine, wir haben angefangen mit einfach ein Verzeichnis in Products hinzufügen ohne Quellcode, Versionsmanagement und einfach noch Kopierer oder machen wir ein ZIP-Package. Haben wir eine komplette Konstellation von Paketen und bei Plone haben wir das ein bisschen zu viel gemacht mit 200 bis 250, aber bei diesen Frontend-Projekten gab es gar nicht diese Aufteilung und wo wir jetzt bei Plone 6.0 im Backend schon und Richtung Plone 6.1 wird da durch verschiedene Leute sehr viel Mühe gemacht, ein bisschen eine Aufteilung zu machen zwischen die Base-Komponente, die Logik-Komponente und die Anwendungskomponente und diese Module so ein bisschen und das heißt, das ist die ganze Plone-Base-Initiative, weil wir hatten da in Python ein Problem auch, dass man nicht Module importieren muss, die wieder sich selbst für eine Schleife, sich mal selbst diese Self-Referencing Imports, das war ein Problem, Circular Imports, das müssen wir jetzt für Plone 6.1, aber die ganz andere Seite, Volto bis jetzt war Plone Volto, alles steckte drin, wir hatten da Semantic UI-Komponente, wir haben da jetzt React-Komponente, selbst eigene Komponente und das ist jetzt auch für die Volto-Entwickler ist es, wenn man jetzt so ein Monorepo mit Plone-Components anderer Pakete, kann man da jetzt auch eine schönere Aufteilung machen zwischen, okay, Plone-Components sind alle UI-Components, die da verwendet werden, später zum Beispiel wahrscheinlich für die Anbindung mit dem Backend, was jetzt über Redux gibt, dafür gibt es, ich bin den Namen vergesst, aber dafür gibt es ein separates Packer, glaube ich auch, das ist der Client und so, also die, all diese Sachen, die wir zusammen in der Schnelligkeit und in der Schnelligkeit, aber in der relative Schnelligkeit auf drei, vier, fünf Jahre jetzt Volto-Entwicklung, wo alles bis jetzt vor einigen Jahren noch oben, ganz blöd gesagt, schmeißt alles mal im Plone-Volto-Repo, durch diese Aufteilung wird es jetzt auch übersichtlicher, wo jetzt die Komponente stehen, wovon man diese importieren kann und wird es auch eine bessere Sortierung von Base Libraries, Logik, visuelle Gestaltung und diese ganzen Rest-RP-Austausch und andere Sachen und natürlich andere Projekte können es wieder verwenden, man kann separat Plone-Components verwenden in ein Nicht-React-Setup-Friend und vielleicht, vielleicht später mit View oder so etwas, dass man da doch die, was auch immer, was man da verwenden kann, aber für uns selbst wird es auch aufgeräumt und sieht man, wo die Komponente stecken und es ist nicht alles wieder in ein ganz großes Repo, wo alles reinsteckt und alles funktionieren muss und man kann später auch die Sache austauschen, also wir können sagen, okay, Plone-Client, neue Version zum Beispiel. Das stimmt natürlich. Okay, lass uns mal weg von den Entwicklungsnews hin zu anderen Dingen, die passiert sind in der Plone-Welt gehen, würde ich vorschlagen. Wir haben in der letzten Episode, Episode 20, haben wir relativ lang über die Plone-Tagung gehört. Ja, das war schön, ganz umgekehrt, da haben wir gesagt, ey, wir waren da beide auf eine deutschsprachige Plone-Conference, der Plone-Tagung, das ist vielleicht für die englischsprachigen Leute ein bisschen schwieriger zu verstehen, wir übersetzen mal ein bisschen, was wir da erlebt haben und was die Themen waren. Genau, und jetzt drehen wir das um und machen dasselbe nochmal auf Deutsch, weil da sind ein paar Sachen gewesen, die schon, glaube ich, bedeutend sind. Klar, Plone-Events sind immer schön, auch die Leute zu treffen und das macht immer Spaß und man kann gut essen gehen, hat nette Gespräche und das ist auch ganz strengend, und so und man sieht Städte, schönere und nicht so schöne, jedenfalls während dieser Plone-Tagung, die letzte war 2020 an der Universität Dresden, dieses Mal war es an der Universität Gießen, ganz herzlichen Dank für das Team von der Uni Gießen, die das organisiert hat und die Räume zur Verfügung gestellt hat und natürlich auch an den Mike, der den Großteil der Offsite-Organisation und dann vor Ort natürlich das Management da übernommen hat, Moderation und so Sachen, ganz tolle Arbeit, ist jetzt nicht der allergrößte Event, weil er halt auch deutschsprachig ist und nicht so wahnsinnig viel Organisationsaufwand dahinter steckt, also da steckt schon einiges dahinter, ist jetzt im Vergleich zur internationalen Plone-Konferenz ist es natürlich was anderes, da kann man das so, nebenbei würde ich jetzt nicht sagen, aber man kann das schon organisieren und was da schon immer eine Tradition war bei diesen Plone oder früher waren es die DZUG, die deutsche ZOB-User-Gruppentagungen oder jetzt in dieser Nachfolge die Plone-Tagungen war, dass es auch User-Gruppentreffen von den Universitäten waren und die Universitäten oder einige der Universitäten die Plone verwenden aus dem deutschsprachigen Raum waren auch diesmal wieder da und die setzen sich immer zusammen und quatschen halt was sie betrifft und das ist normalerweise so ein so eine Art Selbsthilfe-Gruppe von Leuten, die sehr leiden unter First-World-Problems würde ich mal sagen, die aber real sind natürlich also die Maintenance von Seiten für Zehntausende von Usern, Studenten und Uni-Personal, die da gleichzeitig draufgehen und Sachen machen, Anforderungen aus allen verschiedenen Abteilungen kommen, die wollen das und die wollen das und man muss beiden Nein sagen oder dem einen Ja solche Projekte sind immer schwierig, aber es gab ein paar Standards, die immer ein Thema waren bei diesen User-Gruppentreffen von den Universitäten und zwar das eine waren Migrationen, die sind teuer, die sind unplanbar, die sind wahnsinnig schwierig und kompliziert und wir wissen nicht, ob wir die finanziert bekommen, wenn wir den Antrag an die Uni-Leitung schreiben, die sagen, ja, hat sie nicht mehr alle. Warum müssen wir Geld ausgeben für was, was danach genau dasselbe ist wie vorher, nur eine andere Versionsnummer? Ja, das sind natürlich immer die gleichen Projekte für Software-Projekte, Migrationen, Upgrades und der andere, was du noch sagen wirst, wahrscheinlich ist Schnelligkeit des Systems, aber das sind natürlich, weil die Systeme so groß sind, weil es Universitätsportale sind, also dieses Jahr mit der Plontagung war natürlich eine Präsentation von der Uni selbst, was die natürlich mit Plon selbst machen und wenn man auch diese Zahlen sieht, 150.000 Seiten, 1.500 Redakteure, mehr als 1.000 Formulare, die da drin stecken, wenn man so etwas migrieren muss, dann ist nur die Menge ist schon ein Faktor, wodurch alles kompliziert wird, auch wenn es 10.000 Mal das gleiche Content-Type ist, gibt es natürlich immer dann noch Chance auf kleine Änderungen oder lokale Rollen, lokale Rollen, lokale Sachen, also ja, das sind natürlich die größeren Projekte und problematisch. Ganz klar und genau, also der Punkt war, den ich machen wollte, ist Migrationen waren kein Thema mehr und das ist ein großer Pluspunkt, klar liegt das natürlich daran, dass A, die meisten sind inzwischen auf Python 3 und die Migration nach Python 3 war schwierig, aber B ist natürlich, dass Collective Export Import Migrationen zu einem managbaren Ding gemacht hat und das ist einfach super, dass das bei den Universitäten auch so funktioniert ist. Ich meine, wir haben beide viel daran gemacht, insofern ist das für uns total, für beide glaube ich, ganz tolle Nachricht gewesen, dass das einfach überhaupt kein Thema mehr war für die das, ich meine, die waren bei dem Talk, ich habe glaube ich einen bei Migration gehalten, aber das war im Endeffekt, habe ich gesagt, RTFM, read the fucking manual, da steht alles drin und die haben gesagt, okay, machen wir und das passt schon und während dem Sprint hat einer seine Seite migriert, also jetzt nicht eine Uni-Seite, das ist schon ein größeres Projekt, aber das war toll. Aber es gab noch was und das fand ich noch viel bedeutender bei diesem Treffen der Universitäten und zwar hatte ich die gefragt, wie es aussieht, weil die, es sind natürlich alles Classic-Projekte, Webseiten, weil die gibt es schon seit zum Teil 15, 20 Jahren, ein paar sind ein bisschen neuer, wenn sie dann relauncht worden sind, aber die meisten haben einige Jahre auf dem Buch liegen. Philipp, ein Universitäts-Website, wie offen ersetzt man die durch eine komplett neue Version? Also was ist die Investitionszeit in Jahre? Das ist 5 bis 10 Jahre, bis man das wieder macht. Also Folter ist erst 4, 5 Jahre recht da. Und natürlich mit solchen großen Projekten und die Universitäten und im Allgemeinen Behörden sind nicht die Early Adopters. Also logisch, dass alle Projekte bis jetzt noch eigentlich Classic UI-Projekte waren. Aber du hast da, ich war dabei, du hast gefragt, okay, welche auf welche nächste Version, Plone-Version oder was würdet euch da für verwenden, Folter oder Classic UI? Und das war entstaunend. Das war wirklich erstaunend. Das haben alle, ich meine, es waren jetzt nicht 200 Universitäten da, es waren 5 oder 6, es gibt noch ein paar mehr, aber die fallen alle in dieselben Kategorien. Alle wollen auf Volto migrieren innerhalb der nächsten zwei bis fünf Jahre. Eins, zwei, drei Jahre. Es dauert immer ein bisschen, es sind größere, viele Daten. Und das finde ich schon bemerkenswert und ein Zeichen des Erfolgs der Community, die Arbeit, die die Community reingesteckt hat, um Volto zu dem zu machen, was es ist, nämlich ein Productivity Booster, ein User Interface, mit dem man arbeiten will. Das Schönste war, ich weiß gar nicht mehr, wer das erzählt hat, aber eine Uni hat gesagt, ja, die hatten den Plan, okay, relaunch der Webseite und es gab genau eine Bedingung, es darf nicht glauben, alles aus der Flow und dann, okay, dann ging halt dieser Beschaffungsprozess da los und Evaluation und das Team hat dann aber gesagt, okay, jetzt machen wir mal einen Prototyp, den schreiben wir, den machen wir mit Volto, mal so ganz rudimentär das Design von der Uni-Webseite in Volto umgesetzt und es hergezeigt und sofort waren die Sold. Okay, das nehmen wir. Ist das Plone? Ist ja krass. Nehmen wir, wollen wir haben. Und das ist, ich bin immer noch sprachlos, wenn ich dran denke. Aber immer, wenn man versucht, dann mit einer neuen Version, dann denkt man für das Produkt, was man schon hat, denkt man nur an die alte Version zurück und nicht an die neue Version. Und natürlich, wenn die Technologie sich nicht grundsätzlich ändert von Plone 4 nach Plone 5 zum Beispiel, war es nicht am Anfang leicht zu verkaufen, weil da haben wir auch sehr viel im Hintergrund verbauen müssen und es gab nicht so viele funktionale Erweiterungen oder der Benutzeröberfläche hat sich auch nicht, ja, hat sich doch mit diesem Tubar und das war der größte, aber das war mehr eine Hemmung als ein Feature, muss ich sagen, weil Leute gesagt haben, okay, aber die gleiche Funktionalität steckt noch drunter, der Tubar steht jetzt nur links. Ja, genau. Aber jetzt mit Volto ist der User Experience so viel anders. Man muss es einfach sehen und verwenden. Genau, also dieser Blog-Editor, der Volto-Editor, Pastanaga-Editor und die Blog-basierte Arbeiten ist einfach was, mit dem Redakteure unglaublich gut zurechtkommen, erstaunlicherweise. Also nicht erstaunlicherweise, ich finde es ja selber toll, aber dass das so gut ankommt, immer wenn man das eine versus das andere herzeigt, wollen wir das haben. Ich meine, die neueste Version vom TinyMCE ist super und die Plone Classic hat unglaublich wahnsinnige Features, aber diese bequeme Art und Weise, komplexe Seiten zusammenzubauen und trotzdem die komplette Power von Plone zu haben, mit schemabasierten Content-Typen und Automatisierung und was man da halt alles mit machen kann, ist einfach, ist Wahnsinn, ist toll. Also Plone-Tagung, Plone-Tagung war aus einem anderen Punkt auch interessant, weil wir haben so, mittlerweile haben wir die etablierten Events durch das Jahr, wo Community-Leute sich treffen. Wir hatten da immer den Alpine City Sprint, der konnte leider dieses Jahr nicht passieren, in der normalen Zeitspanne ungefähr Februar, war das im Alpine City Sprint, konnte man auch noch einen Ausflug machen und Skifahren, aber das ging leider aus persönlicher Gründe, haben Jensen und Christine das nicht organisieren können. Die haben doch, glaube ich, letzte Woche haben einen Mini-Sprint gemacht, aber der Plone-Tagung war jetzt auch das erste Event im Jahr, wo wir auch einen Sprint hatten, wieder, für 2024 und da kam doch nach der großen Plone-Conference in Oktober, wo dann traditionell eigentlich die ein, zwei Monate danach immer Leuten ein bisschen in Ruhe gehen, nicht die Ruhe stand, aber doch relativ, dass wir sagen, okay, wir haben so viel für Plone-Conference vorbereitet, jetzt müssen wir doch auch noch für unsere eigenen Projekte arbeiten, also dann November, Dezember passiert im Community etwas weniger, aber jetzt bei Plone-Tagung der erste Sprint, wo da auch Leute beieinander waren, haben wir doch schöne Sachen gesehen, zum ersten Mal war da die Distribution, zum zweiten Mal waren da die Distribution und zum dritten Thema waren auch die Distribution dabei, weil es sind, ja, ich sage es jetzt so, Philipp, weil es war auch auf drei, du weißt schon, war es ein bisschen häufig, weil wir haben das natürlich auf Englisch auch gesprochen, zuerst mal, du hast daran fleißig gearbeitet, um mit also zuerst mal, was ist Plone-Distributions? Plone-Distributions ist ein kleines Add-on-Paket, was es ermöglicht, um ein Plone-Site zu templaten oder eigentlich vorab schon zu konfigurieren, mit noch einem Fragebogen vorab, wo man Sachen ausfüllen kann und danach wird der Plone-Site erstellt, aber es ist auch möglich, um Beispieldaten, Beispiel-Content, Beispiel-Inhalte auch schon gleich rein zu stecken. Das war für Plone immer ein großes Thema, weil wir hatten schon dieses Aufbau mit einem Policy-Package und da konnte man Add-ons installieren, aber auch noch die Demo-Daten da reinstecken, das ging auch noch, dafür haben wir einige Möglichkeiten, aber diese dann auch noch pflegen und sagen, okay, ich habe jetzt ein Demo-Site gebaut, aber ich möchte jetzt noch dreimal, viermal Seiten hinzufügen und das wieder ins neue Demo haben, dieses Round-Trip hat es nie gegeben und die gibt es jetzt mit Plone-Distributions, wo es möglich ist, eine Seite zu erstellen, einfach ein View zu öffnen und der schaut in Zeit und exportiert alles wieder auf das Filesystem, auch für eine logische, in einer logischen Weise für ein Versionsmanagement, also es ist nicht so, dass es ein Mega-JSON von 50 Megabyte auf das Filesystem jetzt gespeichert wird, nee, also wenn ich da zwei Bilder ersetze, dann sieht man in den Git-Commits, sobald man das wieder auf dem Filesystem mit diesem View den Content exportiert hat, sieht man, ah, nur diese zwei Daten, also das geht auch effizient und das ermöglicht einiges, zum ersten Mal ermöglicht es, dass wir jetzt Demo-Prone.org hat jetzt nicht nur das Basis-Core Plone 6 Backend und Folto, aber hat jetzt ein bisschen mehr Stil und hat auch schöne Beispieldaten, das ist zum einen. Zum zweiten hatten wir auf der Plone-Tagung haben die Unis oder die Vertreter von den Unis haben sich zusammengesetzt und gesagt, okay, wenn wir jetzt ein Plone-Demo seit machen können, aber ein University-Demo, ein Universitäts-Demo, was soll reinstecken, welche Kategorien sollen wir erwähnen, welchen Add-ons sollen mindestens darin stecken. Also es war wirklich ein Endbenutzer-orientiertes Treffen auf ein Open Space und auch während der Sprints, wo die Leute einfach gesagt haben, okay, das ist ein Blaudruck wie ein Universitäts-Demo, ein Blaudruck von Universitäts-Demo und das war auch wieder ermöglicht mit diesem Plone-Distributions. Richtig, ich war, das war lustig, die haben wirklich den ganzen Tag geredet und auf dem Papier quasi aufgeschrieben, was da rein soll, also braucht man jetzt Mitarbeiterprofile, wie sehen Institute aus beispielsweise und da gibt es auch ein rudimentäres Repository, das heißt clone.edu und da wird auch weiter dran gearbeitet, jetzt gerade momentan nicht mit voller Pulle, aber der Gedanke ist schon, das zumindest zu einer Demonstration davon zu machen, wie man als eine Bildungseinrichtung, wie eine Universität, eine Plone-Seite aufsetzt und was für Features man da drin haben kann und dafür sind die Distributionen natürlich toll. Ich muss auch noch einen Talk aufnehmen für den World Plone Day, der wird dann auch noch abgespielt, hoffentlich am Mittwoch, wo ich selber Plone Distribution verwende für ein Projekt, das tatsächlich nicht einfach eine Webseite ist, sondern tatsächlich ein sehr komplexes Projekt, um da Demodaten reinzuspielen und das ist unglaublich leistungsfähig. Ich bin ein großer Fan von dieser Distributionsgeschichte und da sehe ich noch viel passieren in der Zukunft. Ja, es wird sicher interessant. Diese Plone Distribution wird sehr viel ermöglichen für Demos, für Blaudrucker und auch vielleicht für größere Setups, die oft kleinere Websites generieren müssen, neue, 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 wie heißt das, neue Fakultätswebsites oder Projektwebsites. Damit kann man mit Plone Distribution für die eigene Organisation kann man auch sehr schnell ein Template programmieren, um das. Genau, das heißt, wenn man installiert ist und geht auf die Startseite und hat gesagt, willst du eine, die Hauptseite, willst du eine Uni-Seite, willst du eine externe Einrichtung, willst du nur eine Veranstaltungsportal, keine Ahnung und dann hat man verschiedene Demodaten da und die Seiten werden vorkonfiguriert damit. Was Fred gerade zeigt, ist jetzt die Plone-Org-Seite, die auf einer Plone-Distribution beruht und die Inhalte hat aus der Distribution und wenn man die ändern will, das haben auch schon Leute gemacht, dann muss man einfach nur das Repository auschecken, das steht genau wie es geht und wie man es lokal baut und dann klickt man mehr oder weniger auf Export, also man ändert dann was, klickt auf Export und mit den Daten, die dann automatisch gemacht werden in dem richtigen Verzeichnis, wo sie schon vorher lagen, kann man einen Div machen, kann man einen Pull-Request machen und am nächsten Morgen sind die Demodaten um einen Ordner reicher oder ärmer, je nachdem, ob man was gelöscht oder hinzugefügt hat. Also zum Beispiel jetzt anschaulich noch, Plone, Plone Distribution, das ist das Paket, was es jetzt alles ermöglicht, das muss mit einbezogen werden im Backend, was dann zum Beispiel passiert, der Plone, Demo, Plone.org Website ist komplett Open Source, kann man auch sehen, wie das generiert wird, das steht auf Plone, Demo, Plone.org als Repo und da habe ich jetzt schon ein bisschen tiefer geklickt und ich bin jetzt schon im Plone 6 Demo Add-on und dieser Add-on hat natürlich einige Änderungen lokal, das gab es schon, aber was wir ganz einfach hinzugefügt haben, ist Distributions Foto Demo und hier siehst du, das ist die Speicherung von den Content Inhalten und wenn man zum Beispiel, ah, da hat der Effektor zum Beispiel hat auch Content wahrscheinlich geändert und hier noch etwas hinzugefügt und hier siehst du alles, das ist das Schema von der Distribution, wo man noch fragt, also das ist eigentlich nur die Standardfragen jetzt und das ist also noch nichts Besonderes, aber man könnte noch hier zum Beispiel Hintergrundfarbe, Stilfarbe, Logos, andere, man könnte hier alles noch hinzufügen und jetzt muss ich meinen Mauscursor wieder zurückfinden, ja und hier wird alle Content gelagert und hier siehst du, alle Items werden hier in separaten Jasons gemacht, zum Beispiel, dies ist eine Seite, die da zum Beispiel einige Blöcke definiert und sobald man dies geladen hat, etwas ändert, kann man auch mit einem View es wieder direkt lokal in diesem Git-Repo speichern und als Commits zurückschicken und dann hat man das, hat man der Demo erweitert. Genau und worauf basiert das Ganze? selbstverständlich auf Export-Import. Ja, aber, aber, da hast doch der Eriko wieder, wir sollen ihn noch mal wieder erwähnen, weil Plone, Export-Import da kommen wir gleich dazu, lass uns das noch schieben. noch nicht, das ist was schieben, okay, da darfst du erst weiter. Das schieben wir noch ein bisschen. okay, ja, also, das war bei dem Sprint, bei dem Sprint noch, also, das ist passiert, die Plone-Edo-Sache ist passiert, was mir auch sehr, auch an Classic wurde natürlich gearbeitet, was mir besonders gut gefallen hat, ist, dass Mike und Michael und Peter, genau, Mike und Peter Mattis, haben an einem neuen Relation-Widget für Prozesse gearbeitet, um im TinyMCE beispielsweise Bilder auszuwählen, hochzuladen oder in einem Relation-Feld das Ziel von einer Relation auszuwählen, das ist, wichtige Arbeit, ich würde mich sehr freuen, wenn das in 6.1 für 6.1 fertig werden würde, weil das, was wir da haben, ist ein bisschen schwierig, da müssen wir jetzt nicht ins Detail gehen, das ist das Select-To und das Neue ist einfach besser und schöner und einfacher zum Main-Tanälen auch, aber es ist, es war natürlich auch eine Tagung, es gab tolle Vorträge, gab es schöne Gespräche im Gang, so ist es immer, der Hallway-Track bei den Veranstaltungen ist, ist das Tollste und das war und das möchte ich wirklich hervorheben, es ist ein großer Gewinn, diese meine Tür klingelt, sorry. Du bist jetzt umgezogen, dein Büro ist jetzt gerade neben der Tür, oder? Ja, mein Büro ist in der Garage, ich wohne hier in meiner Garage gerade und arbeite da und ich genieße das sehr und gucke auf den Garten, das ist ganz toll. Also Hallway, Hallway-Gespräche. Genau, was ich sagen wollte ist, die Plone-Tagung ist ja eine deutschsprachige Veranstaltung, das heißt, die meisten Vorträge waren auch deutsch, selbst der Moritz von Ries hat einen Vortrag und du, ihr habt Vorträge auf Deutsch gehalten, großen Respekt dafür. Der große Vorteil davon ist, dass Leute, die jetzt nicht Core-Entwickler sind und deswegen auch vielleicht nicht jeden Tag Englisch schreiben, lesen und quatschen, die Hürde auf A, klar, wer fährt irgendwie fürs Budget von einem kleinen Institut nach Brasilien auf die Plon-Konferenz, aber nach Gießen oder nach wo auch immer die nächste Konferenz sein wird, kriegt man A, das Geld und B, versteht man das, was alle Leute, was die Leute, die Sprache, die die Leute sprechen und es kommen sehr viel mehr Menschen aus der lokalen deutschsprachigen Plon-Community, die dann Kontakt suchen und sich miteinander austauschen können, besonders von der Seite der, ich würde es mal sagen, User slash Kunden slash Tinkerer, Leute, die halt mit Plon arbeiten, aber vielleicht auch nicht deren, wo es deren tägliches Geschäft ist und das ist, das ist ganz toll, deswegen freue ich mich sehr, dass wir das hoffentlich nächstes Jahr wieder haben werden und das sollte es eigentlich in jedem Land geben. Aber wie gesagt, es gab sehr viel interessante, auch kleinere Präsentationen, ich muss sagen, ich, also, du hast noch etwas über Migrationen hast du präsentiert, ich habe etwas über Containerisierung präsentiert, das war auch, ist auch ein Thema, was immer wichtiger wird, ich habe eine Einleitung, einen Überblick gemacht und wie wir jetzt mit, zum Beispiel für die Glown Foundation auch mit Docker und Roswarm arbeiten. Da hat Thomas Schorr hat nach meinem Talk hat einen ausführlichen Talk gemacht über Kubernetes und das ist auch sehr, ist sehr dran. Ich weiß, letztes Jahr war schon ein Sprint, hat ein Thema auch mit Kubernetes dafür Templates zu machen, es gibt schon einige Helmcharts, aber dafür möchten wir dieses Jahr auch wirklich mehr machen, um dass wir da besseren Blaudruck und Beispiele auch für Kubernetes Einsatz haben, dass man mit Kubernetes betreiben kann. Deine Worte wurden erhört, weil bei dem Sprint in Innsbruck letzte Woche oder in Völz, vor Ort von Innsbruck, beim Tiny Shiny Alpine City Sprint wurde viel an den Kubernetes Helmcharts gearbeitet, das gibt es ein Repository namens clone.helm-charts und da sind die Best Practices drin oder kommen die Best Practices rein, das ist wohl noch nicht fertig, ist auch noch nicht gemerged, die Arbeit von dem Sprint, jedenfalls was ist heute früh noch nicht und darauf wird aufgebaut. Das hat sicherlich eine große Zukunft, weil gerade für komplexe Diplomance sich Kubernetes, wie man da auch immer individuell dazu stehen will, einfach als der de facto Standard herausstellt momentan. Da musst du was wollte ich da eigentlich sagen, bam 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 bam, so eben, nee, jetzt weiß ich es nicht mehr. Macht gar nichts. Ich sehe da, ah ja, natürlich, wichtig auch, doch, du hast so eben gesagt, der Maurits hat auch, unser Release-Manager hat auch auf Deutsch einen Talk gemacht, aber der hat sein Release-Policy nochmals neu, nicht neu, aber auf Deutsch nochmal erklärt und er hat das schon beim Plone-Conference hat er schon eine Vorbereitung dafür präsentiert, mittlerweile war das publiziert worden, aber es gab doch noch einige Fragen auch im Publikum in Gießen für Erläuterung, für weitere Erklärungen, aber das ist doch wichtig anzusehen, wenn man Plone verwendet, dass es jetzt auf Plone.org gibt es ein, wie heißt das? Ein Link zur Release-Policy oder dem Release-Schedule? Der Release-Schedule ist erneuert und da wird jetzt ganz viel deutlicher beschrieben, wie lange wir welche Versionen unterstützen, was es bedeutet, dass wir noch Features reinbringen oder wenn wir nur Security-Updates noch machen, also das ist doch wirklich wichtig mal sich anzuschauen, weil wir haben damit angefangen eigentlich in diesem Gespräch die Java-Script-Welt, aber da geht alles ein bisschen schneller rum, mittlerweile in der Python-Community auch, weil Python einfach jedes Jahr fast einen neuen Release bekommt, aber das bedeutet auch, dass es schneller zu Deprecation-Warnings geben wird oder dass schneller Komponente, die man verwendet in einem Projekt End-of-Life sind und man auf eine neue Version umsteigen muss und das ist auch für Plone als Projekt, wo wir viel verwenden aus anderen, aus anderen Projekten, wird das wird das immer wichtiger, dass wir wie früher sagen, wir sind stabil, weil unsere Baublöcke sind auch stabil, die Baublöcke werden immer schneller ersetzt und wir müssen damit auch mitgehen, also wichtig, um sich mal anzuschauen, was wir jetzt für Release Policy und Unterstützungstermine sehen für die nächsten Jahre, für die heutige und für die ankommende Clone 6.1, Clone 6.2 Versionen. Ja, auch die Python-Versionen, da muss man schon immer was tun, also im schlimmsten Fall muss es tatsächlich in ZOB dann C-Code angepasst werden, das ist jetzt tatsächlich der Fall gerade, da wird daran gearbeitet, ich weiß gar nicht genau, was es ist, irgendwas in ZOB-Component vermute ich mal, wird daran gearbeitet, in C-Code kompatibel zu machen mit den neuen Python-Versionen, also Python 3.13, die ist jetzt in der Alpha-Version und da sind einfach Sachen, haben sich da geändert in den C-APIs, die nicht mehr so unterstützt werden und da muss man dieses Zeug anpassen und das ist jetzt nicht so, dass die Clone-Community irgendwie 400 Leute hätte, die sagen würden, C schreibe ich gerne, nee, da laufen alle schreiend weg, bis auf vielleicht ein, zwei Leute, aber nicht nur das, auch im Python selber ändert sich natürlich was, also allein schon Python 3.12, Plone selber unterstützt Python 3.12 komplett, aber die Toolchain nicht alles und auch nicht alle Add-ons, also ich habe beispielsweise gerade erst vor ein paar Wochen i18-End-Dude, das ist ein Package, das in Plone standardmäßig verwendet wird, um Übersetzungen zu managen, das läuft einfach nicht in Python 3.12, ich habe es jetzt aktualisiert und den Code geändert, aber es sind ja nicht nur 250 Packages, sondern es ist ein komplettes Ökosystem, das in Plone verwendet wird und die müssen alle mit den neuen Versionen auch funktionieren und da steckt auch immer ein bisschen Arbeit dahinter, da kann man von außen sagen, warum dauert das jetzt mal noch eine Woche länger oder kann man nicht irgendwie noch die alteren länger unterstützen, das ist einfach alles Arbeit und da muss man dann auch manchmal entscheiden, Zöpfe abzuschneiden und zu sagen, wir droppen den Support für alle Python-Versionen, die älter sind als 3.9 oder 3.10 für manche Package. Genau, was du jetzt sagst, ich hatte das letzte Woche mit einem Add-on, wo ich sah, da waren, ah ja, wir haben natürlich nicht nur, dass unser Quellcode mit dieser Python-Version funktionieren muss, es ist alles doch, was drum steckt, mit zum Beispiel, die Tests müssen auch funktionieren und die anderen Tools, die wir da drum noch verwenden, mit CICD, mit mittlerweile GitHub oder GitLab, die müssen auch mit dieser Projekte, die hatte jetzt Woche, ah, da war schon eine schöne Matrix, wurde getestet von Python 3.8 bis Python 3.11 und der Fred dachte, ah ja, ich muss jetzt diese GitHub-Actions mal hochziehen auf den letzten Stand, ich, oh, Python 3.12 muss auch mal, weil 6.0 funktioniert jetzt mit. Drei Stunden später und ich muss sagen, ich bin kein Entwickler, ich mache ein bisschen von alles und ich weiß von alles und ich weiß ganz schnell die Sache miteinander zu verknüpfen, aber drei Stunden später bin ich da irgendwo mit einem Setup-Tools und BIP-Version, der versucht, ein Paket zu implementieren, ein Standard-Library-Paket zu implementieren, was es nicht mehr gibt und ich bin da komplett verwehrt zwischen irgendwo ein Problem mit GitHub-Actions, mit einem Script, mit einem PIP-Setup oder etwas anderes und das hat nichts mit der Programmiersprache selbst zu tun, weil mal wir lokal Virtual-Enf, Python 3.12, Make-Tests, alle Tests läufen, ja, es waren zwei kleinere Sachen, das waren Deprecations, das war 20 Minuten und die andere zweieinhalb, drei Stunden und ich bin noch immer nicht da und da muss ich einfach mal rumfragen, wer weiß vielleicht, was da losgeht und es ist nur eine Python 3.11 nach Python 3.12 für ein Add-on Welches Add-on war das? Das war Collective Taxonomy. Oh, okay. Das verwenden wir oft, deswegen muss das unbedingt auf 3.12 laufen und weil die Projekte alle nach 3.12 migrieren gerade, guter Punkt, das muss ich mir anschauen. Ja, aber es sind so diese kleinen Sachen und das ist, wie du sagst, das kostet einfach viel Zeit und mit diesen immer neueren, kürzeren Erscheinungsterminen zwischen neuen Python-Versionen sind wir für die Add-ons, die wir unterstützen müssen und wollen und wo wir auch dieses Vorteil haben, dass einer das macht und das andere diese Add-ons verwenden, dieses 80-20-Prinzip, was ich da immer sage, man baut selbst, versucht 20% an maßgeschneidertes und Add-ons selbst als Pate zu pflegen und die anderen Leuten in der Community pflegen dann die anderen 80%, die ich verwende in meinen Projekten. So ein Modell, ja, das ist schön, aber es muss noch, man muss immer genügend Zeit dafür haben und mit diesem immer schnelleren, ja, schnelleres Rumgehen von Python-Versionen und Stabilitätssachen, die man überprüfen muss, ist das doch ein großer Teil meiner Zeit, als was es vor fünf oder zehn Jahren war. Ja. Aber das ist vielleicht das Klang von alten Leuten, die sagen, wir sind gerade die Old Man bitching about Plone. Genau, alles geht zu schnell heutzutage. Das machen wir jetzt mal nicht weiter. Ich glaube, das Takeaway ist, es ist viel passiert in diesem Jahr und es wird im letzten Jahr und es wird auch weiterhin viel passieren. Beispielsweise hat heute der Axolotl-Sprint in Mexico City begonnen. Ich habe schon Fotos gesehen, wie die irgendwie auf so einem wildbunt bemalten Boot durch Mexiko City auf irgendeinem Kanal gefahren sind. Oh ja. Das sah ganz toll aus und ich glaube, das macht sehr Spaß und es wird ein schöner Sprint. Ich wünsche allen, die da sind, eine schöne Woche. Das findet jetzt gerade während wir reden statt, also vom 15. bis zum 19. und wir zwei sehen uns spätestens im Mai wieder beim Beethoven Sprint in Bonn. Ja. Vom 13. bis 18. Mai ist der Beethoven Sprint in Bonn. Da gibt es auch, soweit ich das weiß, sind sogar noch Plätze frei, weil die jetzt inzwischen mehr Bürofläche haben. Ja, wir haben noch einen kleinen Raum, einen Raum ist dazugekommen, also wir haben noch etwas mehr Platz. Wenn man sich später entscheidet, jetzt vielleicht noch auf die Plone.org gucken, da ist dann der Link zu dem Event und sich noch anmelden. Bonn im Frühling ist wunderschön, sind nette Leute, sind tolle Themen, ich freue mich da sehr darauf, daran zu arbeiten. Und wenn es möglich ist, jetzt sind wir wieder im Garten, um ein bisschen zu entwickeln. Und natürlich als Event ansteht, aber dafür machen wir jetzt diese Aufnahme, ist natürlich World Plone Day in zwei Tagen. 24 Stunden Online-Video-Content für Plone. Ich weiß gar nicht, ob es genau 24 Stunden sind, möglicherweise mehr oder weniger. Ich bin gespannt. Ich werde nicht 24 Stunden wach bleiben, das ist ja schließlich nicht der Eurovision Song Contest oder sowas, aber ich werde mir das eine oder andere Video auf alle Fälle anschauen. Ja, und wie gesagt, letzte Woche war der Tiny Shiny Open City Sprint mit guten Sachen, aber das ist, ja, mal schauen, was da jetzt noch bei Jens lokal auf dem Laptop steht und in Git-Repo beim Helm-Charles alles reinkommt. Bin gespannt, habe auch mit Jens noch schon darüber gesprochen. Er hat auch gute Vorschläge für allgemein für die Plone-Container-Images, was wir da verbessern können. Ja, also viel zu, doch passiert einiges dieses Frühling. und dann wird es noch den Buschenschank-Sprint geben in der Steiermark, den organisiert zum Glück der Hannes Ragam wieder, was eine ganz tolle Location ist mit viel schönem Weißwein, was man auf dem Ort steht. Juni, 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 weil ich bin da leider wieder, bei uns passiert persönlich so viel beim Verwandten und Geburtstage und ich hatte mich jetzt dieses Jahr ganz früh schon geplant und da muss ich doch wieder sagen, es passiert bei mir zu viel, ich schaffe es einfach nicht. Aber das ist Juli, Juli, Juli. Das ist 19. Juli bis zum 19. 14. bis 19. Juni. Juni. 14. bis 19. Juni diesen Jahres in der Steiermark, die findet man alles auf plomb.org und wer noch nie auf einem Sprint war und das hört, weil, keine Ahnung, aus Versehen Mausgerutscht hingekommen, diese Sprints sind toll, das sind super nette Leute und man lernt unglaublich viel sich neben jemanden, selbst wenn man noch kein Core-Entwickler ist oder auch nie werden will, lohnt es sich total auf so einen Sprint zu gehen und die Leute, nicht nur die Leute kennenzulernen, sondern neben denen zu sitzen und zu gucken, wie funktioniert das, was die machen, A, kochen die auch alle nur mit Wasser, auch wenn manche davon aus meiner Sicht irgendwie Genies sind, aber trotzdem, sie rennen auch in dieselben Probleme, die man in seinem täglichen Entwicklerleben hat manchmal und man kann sich austauschen, man kann von denen lernen und erstaunlicherweise, selbst wenn man relativ neu ist, können die von einem Ort nicht. Das kann ich wirklich jedem nur ans Herz legen, auf so einen Sprint mal zu gehen und sich das anzuschauen. Und sonst mit Community-Events sollte ich noch erwähnen, wir haben seit letztes Jahr, also seit wir der letzte Podcast auf Deutsch aufgenommen haben, haben wir wieder die Plone-Tune-Ups sind zurück. Wir hatten das schon früher und mit früher meine ich vor zehn oder 15 Jahren, aber unter verschiedenen Namen, aber da war auch, hat das Tune-Up hieß es damals eine Weile, wo wir uns einfach sagen, okay, wir reservieren mal, das ist diesmal einmal im Monat der Freitag und wenn wir etwas am Community leisten möchten und mithelfen möchten oder man ist in einem Team aktiv und wir machen das jetzt fürs Marketing-Team im Besonder, dass wir dann uns an diesem Freitagmorgen oder Freitagnachmittag, wo man sich auch immer in welcher Zeitzone man sich befindet, dass wir uns kurz melden auf unseren Discord, Channel, da gibt es einen Channel dafür, wo wir plaudern miteinander, wir begrüßen einander und wir können mal gemeinsam an Sachen arbeiten und es macht einfach Spaß zu wissen, dass man das gemeinsam macht, wo in der Welt man steht, aber zum Beispiel ein neues Add-on für der Plone.org Website hinzufügen, etwas mit Systemverwaltung, was ich mache, Artikel werden geschrieben und ich glaube, die Teams mittlerweile, Foto-Team möchte ich auch mal schauen, das sind diese, dass wir ein bisschen Community-Gefühl zurückbringen, dass wir sagen, okay, meistens am zweiten oder dritten Freitag im Monat und der nächste, das wird ein bisschen spannend, weil wir haben natürlich viel zu tun für World Plone Day, da machen sehr viele Leute jetzt Aufnahme dafür, aber wir haben am 19. April ist der nächste Tunnel, also nach zwei Tagen, also Freitag diese Woche, also wir machen diese Recording auf Montag, es wird, am Mittwoch sieht man es, also wenn man am Freitag noch Lust hat, kommt mal vorbei auf dem Discord-Channel und schau mal, ob es etwas zu tun gibt und der nächste Tunnel ist dann normal, also im Schedule ist das dann am 17. Mai auch wieder. Was interessant wird, was das ist, ist der Freitag vom Beethoven-Sprint. Wenn man etwas monatlich plant, kommt es oft zu Doppelplanungen. Ich glaube, man merkt schon, Plone ist nicht nur ein Job, sondern ist irgendwie auch ein Lebensgefühl, das Lebensgefühl einen vollen Kalender zu haben vielleicht oder auch manchmal tolle Events, man muss ja nicht alles mitmachen, ich fahre ja auch nicht zu jedem Sprint, aber ich nehme schon viel mit. und genieße es auch sehr. Wir wollten eigentlich noch relativ lang über die Zukunft reden, aber wir sind jetzt schon bei einer Stunde zwölf und wenn wir jetzt anfangen, noch über 2034 war meine Idee zu reden, was ist das Thema 2034, dann müssen wir, wenn wir fertig sind mit dem Thema, haben wir glaube ich beide graue Haare. Noch mehr graue Haare. Ich habe schon ein paar. Ich habe schon ein paar mehr. Aber ganz gut, Philipp, ich fand das doch schön mal ein bisschen weiter zum Blick, du hast gesagt, okay, nächstes Jahr, was siehst du, was da Plone ist? ja, wir hatten das gut ein bisschen natürlich vorbereitet. Was ich da denke, diese Plone Distributions, das war schon eine Idee von zwei, drei Jahren. Letztes Jahr hat das ein bisschen angefangen auf der Alkohen City Sprint, waren die ersten Ideen da, haben viele Leute daran gearbeitet und jetzt ist die Version 1.0 ist da, wir haben eine Demo Plone.org und ich denke, nächstes Jahr werden wir vermutlich einige mehr, werden wir einige Distributionen sehen und ich, was das verursacht, denke ich, ist, dass wir wieder ein, wieder kleinere, kleinere Ökosysteme haben werden in Plone, wo es mehrere Add-ons eine Gesamtlösung bilden, weil das ist jetzt, wir haben jetzt so viel, in so viel unterschiedliche Richtungen ist entwickelt worden mit das neue Photo Frontend, da muss da natürlich sehr viel neu implementiert werden, da sieht man auch, das ist mehrere Versionen von Implementierungen, wo man gedacht hat, ah, so machen wir es, ah, nee, doch, nicht so, vielleicht doch so, Dropdown-Menu, Fat-Menu, Grid-Block, Image-Komponente und das ist natürlich, das sind nur die, auf die niedrige Ebene, die Basiskomponente, aber auch zum Beispiel ein Search-Block, was jetzt wirklich geil ist, was man damit schon mit Facets darin machen kann, aber auch andere Sachen, das für mein Gefühl, Plone ist jetzt 23, 24 Jahre alt, aber mit dem neuen Photo Frontend sind wir erst vier, fünf etwas Jahren da, da muss noch einiges, da müssen wieder die Backend und die Frontend-Komponente und die Basisblöcke und diese Feature-Rich-Add-ons, die mit Full-Funktionalitäten, diese zum Beispiel ein Message-Board oder solche Sachen, ich weiß nicht, ob diese alle wieder zurückkommen, aber wenn man denkt, okay, ich möchte ein Plone-Distribution haben für zum Beispiel ein Intranet, dann braucht man dafür eine Gruppe von Add-ons, die gut miteinander zusammenarbeiten und davon sehe ich, die letzten Jahre haben wir ins Wilde für Kunden, haben wir ganz tolle Sachen gebaut, aber die Distributionen werden es wahrscheinlich ermöglichen, dass wir nächstes Jahr sagen können, oh, sie möchten ein Universitäts-Level- Website haben, worin zum Beispiel Informationsarchitektur wichtig ist, dann gibt es diese Version von Collective Taxonomy, was gut funktioniert mit diesem Search-Blog und was gut funktioniert mit diesem und diesen anderen Blöcke zusammen und dann wird es wieder ein bisschen einfacher, um in der Küche zu schauen von einem Kollegen, wie man zum Beispiel so ein Projekt, welche Komponente man dafür verwendet und wie die ineinander stecken. Ich denke, du hast total recht, dass genau das passieren wird. Ich gucke immer so ein bisschen auf das Awesome Volto Repository, in dem die wirklich gute Add-ons für Volto drin gesammelt sind und mein Eindruck ist immer, okay, da wird das entwickelt und dann wird nochmal das entwickelt und nochmal das und nochmal das und ich glaube, es wird sich ein bisschen konsolidieren, das heißt, es wird eher generische Standardlösungen für beispielsweise Dropdown-Menu oder andere Sachen zusammenkommen und Distributionen sind das Tool, mit dem man diese gemeinsam super schön testen kann. Also ich glaube jetzt nicht, dass wir sofort da hinkommen, du willst eine Universitätswerte, klick hier und dann hast du sie, macht 0 Euro, viel Spaß damit. Wie gesagt, das sind komplexe Projekte, das geht nicht. Die Projekte sind natürlich größer aber die ersten Schritte zu sowas hin und auch für die Entwickler dann tatsächlich, also die dann so ein Projekt umsetzen müssen, zu sagen, okay, wir nehmen diese Komponente und das und das und das und das stecken das zusammen und dann wird da ein Schuh draus am Schluss. Dafür sind Distributionen natürlich toll und ich glaube auch generell, dass die Volto-Entwicklung sich dahin geht, dass man sagt, okay, man baut jetzt nicht für jeden Unfug einen neuen Block und dann hat man 18 Milliarden Block-Add-ons, sondern man versucht einfach die Sachen, die da schon da sind. Also ich finde, der Teaser und Listing-Block und Search-Block, das sind ich meine zusammen dann natürlich mit dem Print-Block, der eher UI-Geschichte ist, aber Teaser, Listing und Search-Block sind so unglaublich leistungsfähig, dass man 95% jeder Funktionalität, die angefordert wird in dem Projekt damit umsetzen kann mit Block-Varianten und Schema-Enhancern, klar, aber das ist einfach, das ist der Kern und wenn man die vernünftig verwendet in der Architektur als Entwickler, dann kommt da, wird da echt ein Schuh draus, dann ist das ganz toll und dann muss man auch nicht mehr, ich meine, dann hat man hier ein paar Erweiterungen an den Schemata und ein paar neue Felder, aber es ist immer noch der Teaser-Block und es ist immer noch der Search-Block oder der Listing-Block und man hat halt eine neue Variante da drin und hat nicht diesen Code-Load, den man sonst hat, wenn man sagt, ach, ihr wollt hier irgendwas, dann mache ich da wohl einen Block für. Ich glaube, da geht man dann von weg. Ja, das ist einfach interessant zu sehen, also zum Beispiel nur kurz, wir machen normalerweise machen wir auf Englisch, dass wir einige Demos vorbereiten oder Add-ons auch besprechen. Ganz kurz, was auch wieder mit diesem Plone-Distribution da ist, ich hatte gesehen, ich schaue einfach, was wird da geendet durch Leute in Awesome-Forto, das ist neu. Vor einiger Wochen wurde Folter Double-Range-Facett hinzugefügt, ganz kleines Modul gemacht für die EER-Websites, ich glaube, hier ist Code-Syntax dran und das ist nur ein Widget, was wahrscheinlich man viel in das Search-Block verwendet. Wie teste ich so etwas? Also, es sieht schön aus, so wird es wahrscheinlich, kann man das als, als Facet kann man das selektieren, aber es ist nicht einfach testbar. Ich muss da sagen, Heads-Off für Code-Syntax, weil ich kann einfach das Repo, kann ich herunterladen jetzt, Git Remote, also ich habe einfach jetzt das, das Repo von GitHub, man macht ein Make Install und danach macht man ein Make Start und es wird schön im Hintergrund wird mit Docker Compose wird ein Frontend und ein Backend wird schon konfiguriert und wird hochgefahren und dann könnte ich diese Add-On schon darin testen. Das ist die Idee. Aber leider ist es jetzt nicht ein Content-Typ, es ist nur ein Widget, was für ein Search-Block da ist, also wenn ich das jetzt versuche zu testen, dann hoffe ich jetzt, dass es lokal bei mir ist. Localhost 300 ja und jetzt nee, das habe ich wieder ein Problem mit Content, also Vorführeffekt macht nichts. Ich glaube, der Punkt ist der, mit einer Distribution kann man für diese Add-Ons den Demo-Content gleich anlegen, man kann eine Seite, eine Suchseite konfigurieren, weil die Facetten auf einer Suchseite und die Widgets dafür sind ja Teil des Demo-Contents, das ist ja in JSON im Objekt drin, wenn man das in das Repository mit reinpackt, dann hat man mit einem Klick hier Demo-Seite und mit dem Suchblock, mit den entsprechenden Widgets, mit Content, wo tatsächlich so eine Range-Suche natürlich auch Sinn macht. Genau, weil man hat es schon auch beim Readme schon erwähnt, das macht jetzt nur auf Integers, aber wir haben in Index, haben wir kein Integers bis jetzt. Es könnte, was man zum Beispiel machen könnte, aber dann brauchen wir in einem Default-Ploser-Typ für den Publikationsdatum brauchen wir das Publikationsjahr und dann könnte man zum Beispiel so einen Slider, einen Schieberregler machen, dass man sagt, okay, ich möchte gerne alle Publikationen zwischen 2018 und 2022 finden. Date-Range-Index gibt ja auch das Widget, gab es tatsächlich in EA-Fest Navigation, in Classic. Genau, und dies ist die neue Version, aber man hat es schon fast fertig gemacht, also das geht schon, das ist mit Docker Compose, alles hervorragend, aber dann, um es wirklich zu testen, um es wirklich One-Click-Test zu machen, muss man auch noch eine kleine Änderung in Date-Range oder im Index machen und muss man etwas Beispiel-Content haben und dann kann man das gleich testen und das ist dieser letzte Schritt, der wahrscheinlich mit Plone-Distributions auch ermöglicht wird und dann können wir nächstes Jahr sagen, auch mit dieser Awesome Plone und Awesome Folter-Liste, ah, geile Erweiterung, kurz Make Git-Clone, Make-Install, Make-Start, ausprobieren, ja, funktioniert, ich verwende es und das ist wirklich ein Teil unserer Arbeit, die bis jetzt schwieriger war, aber man musste sich genau auskennen mit den Air-Dons doch und wie viel man von einigen Air-Dons wusste, das haben wir auch immer dieses Spiel gemacht auf Konferenzen, ah, kannst du dieses Air-Dons schon, wir machen es bei TPN natürlich, dass wir ja vorführen wie ein, aber Philipp, wir brauchen da doch mindestens zehn Minuten bis zwei Stunden für jedes kleines Demo um ein Projekt, ein Beispielprojekt zu haben, worin es funktioniert und das werde ich für nächstes Jahr im ganz Großen mit Pro-Distributions für, für eine Internet-Distribution oder eine Universitäts-Distribution oder eine Blog-Distribution sehen, aber diese Distribution wird wahrscheinlich auch es ermöglichen für uns entwickeln, dass wir mit wenig Aufwand für Kollegen, für Interessierten unsere Air-Dons viel besser demonstrieren und publizieren können, damit es gleichdeutlich ist und es eigentlich ein Demo eingebaut ist. Das ist richtig. Ich glaube, du hast da zwei Punkte angesprochen, über die wir nächstes Jahr auf alle Fälle reden werden und vielleicht sogar deutlich länger als nicht nur 2025, sondern vielleicht sogar bis 2030. Ich meine, die Zeit vergeht schnell und zwar einmal natürlich Distributionen, klar, das war der nullte Punkt, aber der eine ist, die Dockerisierung, die Automatisierung und die Containerisierung von Plone wird immer weiter fortschreiten und ich finde es super, dass jetzt CodeSyntax da beispielsweise eine Demo hat mit einem einfachen Docker Compose, das gleichzeitig ein Backend und ein Frontend mit einem Befehl hochfährt. Das ist für eine Demo natürlich großartig, weil man nicht mit irgendwie tausend Prozessen arbeiten muss. Für uns ist es jetzt nicht so schwierig, diese zwei parallel laufen zu lassen, aber zum Testen und zum Validieren von ist das überhaupt was für mich, wenn man da nur einen Befehl eingeben muss und sich da in die entsprechenden Docker Images zieht, dann ist das natürlich großartig und dazu gehört auch, dass die Community sehr viel Zeit und Arbeit investiert in die Standard Docker Container also Docker Backend und Frontend die da gemaintained und weiterentwickelt werden und auf denen man dann seine Projekte und auch die Demoseiten und auch die Distributionen aufbauen kann und dass da viel Zeit und viel Energie reingesteckt wird und da profitieren wir auch in unseren Projekten beispielsweise davon weil wir natürlich die Standard Docker Container als Basis verwenden und packen dann nur noch unseren Kram obendrauf und verändern vielleicht ein paar Kleinigkeiten und dann ziehen wir noch die Distribution von haben wir gerade letzte Woche habe ich das fertig gemacht ein Projekt rein damit im CI die Demoseite die intern getestet werden kann mit per Distribution angelegten Democontent automatisch gebaut wird und das ist natürlich wenn man das weiterdenkt ist es nicht nur für die Entwicklung und zum Testen die ganze Containerisierung ich habe vorhin davon geredet dass bei dem Sprint letzte Woche an den Helm Charts gearbeitet wurde das ist natürlich für das ganze das Standardisieren des Testens des Installierens des Deployens ist ganz wichtig weil das ist immer wieder ein Pain Point weil es ist einfach ein sehr komplexes System mit vielen beweglichen Teilen und wenn man sagt ich habe hier 250 Pakete Python und jetzt muss ich mir selber überlegen wie ich diesen Case deploy da kommen die Leute in den Wald das ich community wo man geht man geht auch ein Projekt von einer anderen Firma und das ist nicht oh die haben sich was ganz neus ausgedacht nein das basiert auf den Standards die die community gebaut hat die Docker Container werden genau so gebaut und nicht irgendwie silber und um zurückzuschieben philip wir haben noch ein screenshot gemacht wir haben mittlerweile 6.docs.plone.org da gibt es ein unterverzeichnet storybook und dann wird ständig wenn etwas in Plone Volto in dieses Packages oder Plone Components wird jetzt alles als Beispiel auch und das ist so eben dieses Double Date Range das ist ein Add-on aber wir haben natürlich eine ganze Reihe von Komponenten in Volto selbst Core Komponenten und die sind alle jetzt testbar und anschaubar und was drin ist in unserer Dokumentation und das wird alles mit Storybook gemacht und das Tolle daran ist schau mal der Login Component der schaut bei mir jetzt Standard schon meine Single Sign-On Sachen wieder lokal das ist eine Erweiterung von meinem One Password der sieht wirklich ah das ist ein Login Fenster mit genau dieser Art Ich mache mal ich sehe mal also hier mein Community Logins sind da drin also das funktioniert wirklich komplett wie im Browser kann man das schon durchtesten die Checkbox alle Widgets es gibt die Object Browser Widget zum Beispiel gibt es Single Element gibt es Sachen hier kann man einfach testen kann man das das ist auch schon alles alles testbar und alles ein Index ein Katalog von Komponente also das ist großartig großartig Philipp ich habe noch ich hatte vor ich habe gesagt zwei Punkte das war nur einer der Sache mit der Containerisierung der zweite ist das was du vorhin schon angesprochen hast nämlich Export Import und zwar nicht Collective Export Import weil Collective Export Import ist das Add-on das für die Migration von Plone Seiten verwendet wird aber Erico hat in erster Linie Erico hat den Plone 6 und Python 3 kompatiblen Code davon genommen verschönert natürlich wie es seine Art ist und mit Type Hints versehen und solche Geschichten für die ich immer zu faul bin und als Plone Export Import gebaut und das und das ist der Clou und deswegen reden wir werden wir nächstes Jahr auf alle Fälle darüber reden und vielleicht sogar 2030 noch das wird im Core landen und zwar nicht nur als Dependency von Plone Distribution weil Plone Distribution ist ja nicht verwendet man ja nicht um eine Seite zu migrieren sondern ist um quasi den Content von derselben Version zu ändern und neu aufzubauen das funktioniert natürlich dann auch mit Plone 6.1 und mit Plone 7 jetzt nicht wahnsinnig viel anders weil die Typen ja zueinander passen sondern das passiert mit Plone Export Import und wenn das im Core ist dann kann man die ganze Funktionalität also alle Features von Collective Export Import in Plone Core dann muss sich nur noch jemand hinsetzen und sagen ich baue jetzt noch da haben wir schon viel drüber diskutiert bei verschiedenen Gelegenheiten zu sagen diesen Ordner exportiere ich jetzt und kriege den als JSON in irgendeine Art und Weise oder ich deploy den rüber auf eine andere Seite das ist ein tolles Teil wir haben noch 10 Sekunden dann sind wir über eine halbe Stunde dann lass uns Schluss machen was wir 2034 besprechen besprechen wir dann nächstes Jahr und ganz herzlichen Dank für die Aufmerksamkeit viel Spaß noch beim World Plone Day Fred ich freue mich dich in Bonn zu sehen und heute gesehen zu haben und wir wollen Ende dieses Monats auch wieder eine Episode in Regular English Episode auf Genau Mach's gut Philipp Danke Ciao Ciao